recht herzlich willkommen zur vierten folge vom kerber space programm die zweite runde mit der version 1.0 und dem deutschen patch der dann da hoffentlich bald noch mehr deutsche worte hier hat weil viel sind ja nicht gut wir wollten hier rein und als erst mal gucken was wir hier für tolle aufträge haben ferry to tourist safety to their destination ok ferry rip safety to her destination wo sollen die hin das ist immer die frage wo sehe ich denn wo die hin müssen ok show her a good time ok können wir ja zu fuß hinlaufen dann sieht die das auch tja wo ist denn das ziel sieht man das hier fünf stunden ist das vorbei was kriegen wir denn hier 3200 9000 uns fehlt schlicht zehn runter hier was sind das keine ahnung wir nehmen das einfach mal an und probieren das aus oder gut da haben wir noch mal da sind test sachen und der ist cool der landet und körben das ist immer super den nehmen wir an weil gelandet kann man immer alles testen test solid view booster at the launch site das hört sich auch so an als ob das da müssen wir fliegen da auch den nehmen wir dann auch mit oder geht gar nicht ok ok da soll man crew report bringen und da muss man dann zu area hlgd und hier sind zwei aber kann das nicht mehr auswählen auch interessant ok dann halt nicht gut die zwei aufträge haben wir die wollen wir dann auch mal weiter verfolgen da gehen wir mal raus und ich glaube da müssen wir hier rein um zu sehen wo der hin muss und zwar hier wo ist denn das da unten ist es ok müssen wir die da hin oder haben und da ist der liquid fuel engine den wir testen müssen ok und da müssen wir hinfliegen gut dann mal zurück können wir hier eigentlich schon was bauen in dem sinne ja da hätten wir ja dieses teil aber ich glaube andere teile würden uns dann doch sehr fehlen glaube ne ja das funktioniert hier wohl noch nicht denke ich mal ne dann da nochmal raus so das heißt wir müssen dort rein und machen das mal auf wo ist denn das teil hier test lvt 45 das ist das ist er oh hier gibt es eine deutsche erklärung runter cool also landet und dann soll das was schon passieren gut das heißt wir brauchen erstmal eine kapsel die haben wir dann brauchen wir einen fallschirm den haben wir auch so einen schutz da unten runter brauchen wir denke ich nicht die frage hier service bay war da noch ne aber wir brauchen ja nur mit der einen da hinfliegen denke ich mal ich denke mal drei stück davon nehmen wir mal mit dann ein triebwerk da drunter welches dieses ist weil das ist ja dieses test triebwerk und dann müssen wir gucken wie wir da hinkommen wo wir hin wollen ne achso ne da machen wir noch einen dekappler drunter das ist wieder daneben geklappt super und dort brauchen wir feststoff raketen und zwar nehmen wir mal diese und davon baue ich glaube noch zwei da dran ne zwei hat mal gesagt pappen wir die dann mal dran ne so gut dann stellt sich nur die frage wo diese destination ist wo wir hin müssen wie ich das hin kriege das einzustellen ne aber wir werden sehen gut okay das würde ich erstmal sagen ist soweit ausreichend und das nennen wir dann mal wie heißt die dame Aline 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 Rocket gut gut äh ist das alles? ne wir brauchen noch so ne Antenne das sollten wir auf jeden Fall tun warte mal wo war die denn jetzt? Da ist sie. Da machen wir aber nur eine dran. Eine. Haben wir. Und diesen Kuhkanister, sollten wir den noch mitnehmen? Ich glaube, er hat zwei Stück dran. Da können wir noch was testen. Passt, oder? Gut, jetzt speichern wir die Kiste ab. Und dann würde ich sagen... Ach, den müssen wir testen, wenn es landed ist. Hmm, dann funktioniert das jetzt hier ja gerade nicht, oder? Weil wir müssen diese aber das müsste ja trotzdem aktiv werden, oder? Machen wir mal noch eine neue Stage dazwischen. Und ich würde gerne diesen später zünden. Die beiden zuerst zünden. Da dürfen wir nur keinen Schub drauf machen, dann müsste das eigentlich funktionieren. Weil wir aktivieren sie ja in der ersten Stufe. Aber diesen müssen wir damit starten. Hat alles anders keinen Sinn. Dann sprengen wir das ab und dann geben wir Schub. Dann müsste das funktionieren, oder? Gut. Save. Und starten. Okay, schauen wir mal. Da ist sie. Schub auf jeden Fall weg. Die Stufe geht damit an, aber... Ja, dann müsste trotzdem das Triebwerk ja dran hängen bleiben. Sollte funktionieren. So, aber irgendwie müssen wir jetzt noch ein Ziel haben, ne? Und das müssen wir mal gucken, ob wir das herkriegen. Haha. Ja, bin ich denn jetzt überfragt, wo ich das mache? Ja, irgendwo konnte ich das doch einschalten, oder? Neun weitere. Ready to launch, ist klar. So. Weißt du was? Wir starten die Kiste erstmal und gucken, wo es... Ne, das wissen wir ja nicht, wo es ist. Aber das muss doch im... Wie komme ich hier raus? So, Space Center nochmal rein. Hier muss das doch gewesen sein, oder? Hm? Das ist da, das ist da. Da kann man das erst nach dem Start machen. Oder was? Oh, da steht's auch in Deutsch. Guck. Recover, fly. Tja. Auf geht's, egal. Gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Ich weiß nicht wie, aber wir werden es schon hinkriegen. Äh... Starten, ganz einfach. Sieht so aus, als ob nur eins gehen würde, ne? Wieso hat der jetzt wieder Schub da an? Komisch. Sehr komisch. So, jetzt aber mal Schub wieder her. Oh, SHS nicht eingeschaltet. Das war ja wieder was. Super geklappt. Oh... Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Und jetzt müsste man nur wissen, wo es ist, ne? So, Map. So, das eine hat auf jeden Fall geklappt. Und ich krieg das jetzt nicht aktiviert, du glaubst es doch nicht. Warte mal die Karte, da ist noch... Was weit ist zu sehen, da? Wir müssen definitiv drehen. Hm... Aha, wir sind jetzt schon mal ein Ding ins geflogen, eine Distanz geflogen. Da haben wir schon Rekord mit geschafft. So. Jetzt müssen wir nur weiter weg kommen. Kann man hier eigentlich auch die Triebwerke sehen? Wohl nicht. Äh, jetzt ist irgendwas kaputt gegangen. Keine Ahnung was. Achso, das war... Das war unser Dingens, wie heiß es ist. Und da ist der auch alle. Super. Jetzt... Wüsste ich gerne, wie man das aktiviert. Tja. Schade drum. Rohkanister aufmachen. Keine Daten collected, auch schön. So, dann machen wir den Fallschirm da raus, damit wir keine Probleme kriegen, ne? Nur die... Chibetaya? Wir haben gar nicht die Dame mitgenommen, oder? Wie sehe ich das? Oh, super. Das hat ja auch wieder prima geklappt, ne? Respekt. So, nochmal das Ganze. Gibt da was? Geht da nix? Gute Frage. Ne, keine neuen Daten. Statusbericht haben wir. Komm, senden wir auch. So, nochmal Neues. Passiert nix. Schade drum. Sagt der noch was? Der sagt grad auch nix. Machen wir den auch noch auf. Wir müssten ja auch sofort landen. Unser Schatten, da ist unser Schatten. Bam. Auch schön, ne? Und da gibt's auch keine neuen Daten. Auch schön. Statusbericht. Keep Data. Okay, das hat jetzt irgendwie mit Elinés Travel Internary nicht geklappt. Wahrscheinlich, weil wir die auch gar nicht an Bord hatten. Prima. Hat gut geklappt. Gut. Berichte. Kommen jetzt rein. Ja, Punkte haben wir ein paar gekriegt. 41. Wir brauchten glaub 45. Hat also nicht gereicht. Teile haben wir wieder gekriegt. Und Jebediah hat das auch geschafft. Toll. Gut. Hat sich schon was geändert. Ja, da gibt's neue Touristen. Aufträge. Aber wir müssen erstmal Eleni oder Alni erstmal dahin bringen, wo sie hin muss, ne? Ja. Ja, hier waren 45 Punkte für die Batterien. Genau. Das reicht also noch nicht. Das ist schade. Dann müssen wir nochmal los. Hat sich hier was getan. Ich glaube, ja. Hier ist glaub auch irgendwas mehr geworden. Irgendwie... Das ist das Ziel. Da bin ich fest von überzeugt. Aber wie aktiviere ich dieses Ziel jetzt? Gute Frage, ne? Set as Target oder so müssten wir eigentlich haben, ne? Oder Navigation. Irgendwie sowas war da, aber... Gut, okay. Für die Folge soll's aber erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.